Musik Die Übersicht zu den geplanten Performances und dem umfangreichen vielen vier-tägigen Filmprogramm hinter mir in der Aula, das Filmprogramm, sowie zu den Angeboten an Führungen, finden Sie zudem auch auf unserer Website. Dann bleiben wir nur noch abschließend eine Verbeugung von den jungen Künstlerinnen und Künstlern, deren Kunst wir hier heute entdecken dürfen. Ganz, ganz, ganz gut. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020